Der Name ist Programm. Der Adidas Adizero Feather 4 ist ein federleichter Schuh für schnelle Trainingseinheiten oder Wettkämpfe. Als ambitionierte Läuferin wirst du das geringe Gewicht zu schätzen wissen und wenn du modisch unterwegs bist, die schicke Optik. Das extrem atmungsaktive AirMesh Obermaterial ist, gerade wenn es heiß oder anstrengend wird, ein großer Pluspunkt. Mit der Light Strike Komponente ist es Adidas gelungen, ein gut gedämpftes Element an der Ferse zu platzieren, das mit wenig Gewicht auskommt. Für mich ist damit ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leichtigkeit, Komfort und Stabilität gelungen. Gerade wenn du schneller auf Asphalt unterwegs bist, brauchst du den nötigen Grip. Um diesen musst du dir dank der Adiwear Außensohle keine Sorgen machen. Wenn du eine ambitionierte Läuferin bist, die einen schnellen und leichten Schuh fürs Training und für den Wettkampf sucht, dann bist du mit dem Adidas Adizero Feather 4 bestens ausgestattet. Natürlich kann man ihn, weil er richtig gut aussieht, auch in der Freizeit tragen. Du bekommst ihn in deiner Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.